Gerade wollte ich angreifen, die Obolesken. Ahhhh! Schöööön! Notmod wie süß! Die Verstärkung ist eingetroffen! Ich speichere so oft, aber ich will es diesmal nicht versauen. Diesmal muss es klappen. Noch sind sie ja nicht mit ihren Avataren gekommen, also noch kann ich nicht zu sicher sein. Jetzt werde ich trotzdem versuchen, die blöden Obolesken auszuschalten. Vielleicht ohne euch. Wenn ich artilleriert oder sowas, das wäre schon ein bisschen cooler. Äh cooler. So, fuhr zurück, sonst stirbst du noch. Ne, richtig schwach die Obolisten irgendwie. Was wollen die jetzt? Nein! Nein, Avatare! Avataren! Sie schätzt erst! Hilfe! Hilfe! Die kommen mit Avataren. Ich bin so tot. Warum halten sie nicht so viel aus? Warum sind sie nicht so stark? Warum sind sie nicht so schwach? Warum sind sie nicht so stark? Keine Chance gegen die. Wen sollen wir neutralisieren? Wie ist unsere Position? Unsere Befehle? Ich glaube, die stelle ich noch irgendwie da hin. Wo ist unser nächstes? Die bringe ich nach oben noch. Vorsicht! Bau abgeschlossen. Ja, Sir! Wambu Panzerbereit! Wambu Panzerbereit! Wambu Panzerbereit! Wambu Panzerbereit! Wambu Panzerbereit! Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Okay, ganz ruhig. Ladebereit! Oh! Du bist ja fast tot. Das geht aber nicht. Wird gebaut. Ich glaube, die können auch nicht allzu weit schießen, die Avatare, als das meine... Äh... Guardian-Kanonen. Die nicht einfach ignorieren würden. Unsere Befehle? Müssen noch näher ran. Ziel gesichtet. Der ist erledigt. Jetzt ist er fertig. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Ja... Meine sind schon ein bisschen stärker, hä? 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 Wo ist unser nächstes Ziel? Dumm ist, wenn jetzt Flammenpanzer kommen, sollten die nicht da vorne stehen. Wo ist unser nächstes Ziel? Bau ab dich. Schon wieder Avatare. Oh, fuck. Ich hatte beim letzten Spalterstand noch gesagt. Noch sind sie immerhin nicht mit Avataren gekommen. Hätte ich das bloß nicht getan. Mammutpanzer. 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 Leere mich. Mammutpanzer. 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 Ich bin ... Ich habe die Fr slightly gerufen? Hab ich das eben richtig verstanden? Ich glaube nicht. Hey! Ihr habt da wohl kaum eine Funktion da links. Völlige Überlegenheit. Mammut-Panzer bereit. Unbesiegbar. Mammut-Panzer bereit. Ja, Sir. Mammut-Panzer. Ach, ständig irgendwas. Waffen initialisiert. Natürlich. Initialisiert. Wieso kriege ich so wenig Kohle? Die sammeln doch ununterbrochen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was kommt denn da schon wieder? Ey, hört doch mal auf mit der Scheiße. Meine Befehle. Mammut-Einsatz bereit. Oh, was suchen die denn da vorne? Oh, lol, 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 lol. Schneller, 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 schneller. Trüte sie, trüte sie, trüte sie. Hauptsache die Flammen geben nicht weg. Oh. Ich brauch viel mehr Scharfschützen. Und hier unten brauch ich viel mehr Unbesiegbar. Warte, sieh im Gewitter. Das sah fast so aus. So. Ja, Sir. Hier hoch. Bin unterwegs. Alles bereit. Bin unterwegs. Alle drei auf einmal. Auch nicht schlecht. Ja. So, jetzt tun wir ihre eigenen Waffen gegen sie einsetzen und als Kanonenfutter verwenden. So. Du kannst noch da reingehen. An die Arbeit. Ich hab was gebraucht. Ich hab was gebraucht. Ich hab was gebraucht. Ich hab was gebraucht. Initialisiert. Melde mich zum Dienstzeit. Da ist noch ein Ingenieur. Hab ich Feuerschutz? Ich warte. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück. Waffen initialisiert. Vorher vor. Ich mein, Ingenieur kostet nicht viel. Der kostet gerade mal 500. Betriebsbereit. Und ein Avatar kostet normalerweise 2000, wenn ich nicht irre. Da bin ich dann schon ganz dankbar. Auch wenn ich ihn nicht aufrüsten kann hier. So, wollte ich gar nicht. Ah. Lass den Unsinn doch sein. Da oben brauch ich eh keine Abwehr eigentlich und da kommen sie ja nicht mehr. Ja, bin ich ja geschützt. So, ich tu die jetzt mal alle mit hier hochnehmen. Da sind sie viel notwendiger. Oha. Könnten sie doch eigentlich einfach überfahren. Geht das nicht? Doch, herrlich. Manchmal geht's dann doch. Aber die sind halt so langsam. Das war bei dieser Rieren dann auch ein bisschen einfacher. Aber wenn's denn klappt, dann ist cool. So, hab ich noch Ingenieure. Warte. Betriebsbereit initialisiert. Dummdi-dum. Hab keine mehr. Wollte ich nachbauen, ne? Denn ich hab hier ja noch Racks. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Will ich alle haben. Ich bring das Ding zum Laufen. Ist eigentlich eine coole Sache. Ich krieg nämlich eigentlich mehr Dings. Mehr Nutzen als Schaden durch die Avatare. Ob die mich da durchlassen? Mh, voll. Jo, greift mal an. Greift die einfach mal an. Alle auf einen, dann haben wir halt Ruhe. Boah. Warum fährt der denn da auch mitten durch? Was wollen die Avatare jetzt hier oben? Da sind sie total fehl am Platz. Da bin ich nämlich viel schlechter geschützt. Ungut, 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 ungut. Ungut. Gar nicht gut. Nicht schön. Ohoho. Wie sie das gar nicht leiden können. Aber immerhin, es hat ein paar Sekunden mal die abgelenkt. Hat sich doch gelohnt. Übel wie viel, die mich angreifen. Richtig übel. Moment mal, bevor ich noch was vergesse. Offensivstellung. Zack, da brauche ich auch noch was. Einnehmen. Was ist noch? Da. Sieht man voll schlecht. Es ist nämlich... Oha. Zurück, zurück, zurück. Nicht auf meine Ingenieure, du Saftsack. Ah. Du bist ein Idiot. So, langsam ein bisschen Kohle. Ausbildung. So. Immer was nachbauen. Oh, es hört nicht auf, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Die kommen immer wieder. Wie soll ich denn da jemals angreifen? Wir haben uns auf jeden Fall zurück. Wir können weiter vor. Du sollst da bleiben, weil du repariert werden musst. Die Waffen war wirklich wahrscheinlich doch nicht so toll positioniert. Zurück. Vielleicht bemerken sie mich ja nicht. Jetzt geht doch erstmal zurück, damit die Verteidigungsanlagen auch mal zum Zug kommen. Ach, da steht ja eins. Boah, wie viele. Wie viele da sind. Viel zu viele. Ich muss die alle einnehmen, sonst habe ich keine Chance. Keine Chance. Oh, bleibt mal hier. Oh, die wissen genau, was ich vorhabe. Die wissen genau, was ich vorhabe. Oh.